Nach Großbrand in Emder Freibad, Urteil gegen drei junge Männerfell Aurich Emden, im Prozess um den verheerenden Brand im Emder van Ammerenbad will die Große Jugendkammer des Landgerichts Aurich am Mittwoch, 9 Uhr, die Urteile sprechen. Vor Gericht stehen ein heute 18-Jähriger und ein 26-Jähriger. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem schwere Brandstiftung vor. Die Männer sollen im Juli vergangenen Jahres in das Freibad eingebrochen sein und Bargeld gestohlen haben. Dann sollen sie Feuer gelegt haben, laut der Staatsanwaltschaft wohl, um ihre Spuren zu verwischen. Durch den Großbrand entstand ein Schaden von rund 2 Millionen Euro. Zudem ist ein 19-Jähriger angeklagt, der den beiden geholfen haben soll. Das war auch wiederum. Das war auch wiederum. Von der Durch den Körper aus der Stadtteleisen oder in der Stadtteleisen, die der Schaden geholfen ist. Wir Stunden Nikon Hofer anwesst vorn, die in der Stadtteleisen, die in der Stadtteleisen und die Stadtteleisen. Das ist zurückge Alternativen. Das ist ein schönen Tag, der nennen Tag anwesst, was für den bist. Die erste Anwesst, ist gut.